Musik Moin zusammen! Das Wetter meint es ja heute richtig toll mit uns. Da es ein bisschen gemein ist, dass wir nicht so raus können und uns mit Freunden treffen können, wie wir das gerne wollten. Aber der blaue Himmel, vielleicht entschädigt der uns so ein bisschen. Mich hat in jedem Fall heute Morgen, als ich vor diesem geschlossenen Fenster saß, etwas erfreut und zwar ein kleiner Marienkäfer, der flog von außen auf die Scheibe, setzte sich dort nieder und putzte sich. Anschließend krabbelte er noch ein wenig hin und her und dann flog er wieder davon. Und als ich so diese Freude in mir spürte, erinnerte ich mich an ein Gedicht, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe, nämlich Es handelt von Freude. Auch wenn alles dagegen spricht, gerade dann lasst uns miteinander teilen und aus der Freude leben. In diesem Gedanken wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Freude, die ihr teilen könnt. Bleibt gesund, bis bald, tschüss. 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 Vielen Dank.